Abi Alba, der große Traum vom Weihnachtsbaum. Teil 1. In einer Baumschule wächst ein Baum, ein Tannenbaum. Sein Name ist Abi Alba. Abi Alba hat viele grüne Zweige und einen Tannenzapfen. In dem Tannenzapfen wohnt eine kleine Spinne. Der kleine Tannenbaum hat einen großen Wunsch. Er möchte Weihnachtsbaum werden. Viele Menschen kommen in die Baumschule und holen sich einen Tannenbaum. Aber niemand nimmt Abi Alba mit.